So und zum Abschluss schnappe ich mir nochmal den ersten Flieger und da machen wir jetzt noch einen Zusatz. Wir nehmen eine Platte, falten sie wie gewohnt. Der Mitte lang, dann die Spitzen, keine mehr alles schon. Dann wieder bis zur Mitte. Und damit lassen wir das. Und jetzt nehmen wir das erste Flugzeug, ich habe es da über dem Rumpf und schiebe das praktisch da hinein. Das ist jetzt wie ein Flugzeug im Flugzeug. Und auch das kann ich jetzt fliegen lassen. Das waren jetzt vier verschiedene Flugzeuge und ein paar Möglichkeiten die zu verändern. Mit dem Höhenruder, mit dem Seitenruder oder mit dem Gewicht unten dran. Und das Tolle wäre jetzt, wenn ihr da das probiert zu filmen, wie eure Flugzeuge da fliegen. Ja, das war's. Jetztierten wir das PURE competition.